Ich verstehe doch noch nicht. Ich rauche gar nicht, wenn ich schwanger bin. Ich habe nur, wie ich gestillt habe, ab und zu mal geraucht. Das ist mir dann zu schlimm. Ich habe so kleine Kinder. Ich rauche. Schatz, du hast zu erst geschüttet und dann hast du es ja nicht gebraucht. Ja, außerdem. Ich sage schwarz und weiß. Ja, das ist still in dein Rauch. Wenn man raucht, soll man gleich nach dem Stirn. Alle kommen. Ich weiß ja, dass es nicht so gesund ist. Aber in der Schwangerschaft habe ich nicht gebraucht. Das weiß ich mir nicht sagen. Gib 5. Ja, ich meine es auch schon heiß. Ja komm. Fühlen wir mal. Magst du auch noch ein Baby? Der Julian mit der Tante Anastasia. Das ist so gut zu sehen. Die Schwester Anita. Da ist so viel durcheinander. Julian, Tante anastasia Schwester in der Mitte. Da weiß man nie von welcher Sicht er das jetzt sehen soll. Ja. Der René. Der Stecker. Der Zecker. Der Zecker. Der weiß vielleicht nichts. Der tote Zecker. Wer hat das nicht?